alles klar so jungs wir machen die erste box hier fertig er hat das jetzt als werbung gesehen mit dem kosen mit dem ist nicht ich finde ich meine mitte Komm an, Bro! Let's go! Ja, ist der lieber, Alter. So, Django, bist du da? Bist du auch genickt? Digga, ich bin jetzt auf jeden Fall... Ich hab ein gutes Gefühl, muss ich sagen, heute irgendwie. Nachdem wir es jetzt hier gesehen haben... Junge, Hörner! Auf, Irrwolle! Guck mal, jetzt oben ein bisschen... Ach, komm, jetzt hab ich's ein bisschen... Ey, mach das Pinnutschicht auf. Ein bisschen gröber. Ich will die Verpackung aufhaben, Bruder. Funktioniert, ne? Ich hab's dann umgedreht und dann nehmen das. So, Leute... Seid alright, oder was? Hey, let's go, Jungs, ich war richtig aufgeregt. Hier könnt ihr so mitgucken. Beziehungsweise könnt ihr bei den Kollegen auf den Kanal gehen. Bruder! Bruder, ich hab keinen WLAN und TV. Ich bin vor einer Woche umgezogen, eineinhalb Wochen. Und bis Telekom kommt und mir hier die Lightroom freischaltet... So... Was soll ich sagen, Bruder? Wala, tut mir leid. Aber ich hab hier ein paar Pokémon-Packs gekauft. Und die werden grad bei den Kollegen Jax verlost. Mein erstes Pack, Bruder! Mein erstes Pack, Jungs! Meine Karten! Wir sind noch nicht durch, ne? Meine Karten haben wir da... Wir filmen Reaction so. Eins, zwei, drei, vier. So! Come on! Ich pack die in die Tüten rein. Aber jeder kriegt seinen Promocode damit. Heißt nicht, ob ihr die wirklich dann auch... Das müsst ihr bei euch entscheiden. Selbst wenn jetzt hier... Energiekarte, oder was ist das? Ja, die billigen Energiekarten. Ich glaub nicht, dass wir diese Tradingkarten... Telekom hat gesagt, die kommen morgen. Aber die sagen... Schon seit letzter Woche morgen. Haust eigentlich über euch Bescheid. Das nebliche Team Rocket... Ja... Ja, gut. Ich kenn ihn nicht mal. Oh oh... Arbok! Der schmeckt! Arbok! Der... Sieht... Keine los. Witzigerweise kriegen wir das neue Team Rocket... Und dann Arbok dazu. Merkt ihr was? Hier ist was möglich, Alter. Hier ist was möglich, Leute. So... Wiedl! Wiedl! Was kommt mit dem Pokemon? Der passt zu mir! Hahaha! Zerwassen war es irgendwas dringend. Sitz da gut! Aha! Wer ist das? Ich glaub jetzt kommt das erste Universe Solo nach dir hier. Full Heal? Jango? Müll? Jango? Inkai? Was? Universe Solo? Aha! Wenn man es von meiner Perspektive sieht... Dann ist das schon nice. Aber ich glaub mir, er kennt es nicht so krass wie ich. Nee, nee, nee. So ein ganz dezenter Reverso-Effekt. So? Wo ist mein Club Rack? Warte, komm! Kann man das so krass sein? Ich muss den Licht auf irgendwann nochmal gucken. Ich weiß jetzt warum die Sony gestern nicht wollte. Was war? Ja, es gibt einen Mikro-HDMI. Nicht nur einen Mini-HDMI. Was für ein Mikro-HDMI? Ja. Nee, da geh ich mich nicht aus. Und da hast du den Anschluss nicht gefunden oder was? Nee, Mikro-HDMI-Anschluss. Wusste ich nicht, dass das existiert. Das ist nochmal kleiner als der Mini-HDMI. Und der ist schon klein. Ich hör's zum ersten Mal. Aber jetzt hast du's raus oder wie? Ja. Ja. Das funktioniert schon von morgen. So ein Kabel kann auch schon mal... Nerven kosten. So. Django, dein erstes Highlight des Abends ist... Die Mary! Aha. Die Mary. Ich finde die Karte auch übrigens sehr nice. Aha. Aber du musst das Spiel auch kennen. Meine Mom. Heißt Mary. Es hat mich auch noch Mary. Fun Fact. Ich zeig euch mal was. Dieses Team Rocket hier. Das ist ein Fan-Club von dieser Mary. Sie ist auch eine Pokémon-Trainer dann. Und erzählen wir noch mal, ob sie Geschichten sind. Eint ihr was? Wer ist da im Club? Also die hier betiteln sich als Fan-Club von der Mary. Und die gehen dir immer auf den Sack. Und dann kommt immer die Mary und sagt, ach, ignoriert die. Die sind ein bisschen rüber. Ha! Yo! Sag ich dir ehrlich. Eine sehr schöne Karte. Okay. Und ich glaube von den Trainerkarten tatsächlich, hinter Hopp, die seltenste. Die brauchen eine richtige Schelle im Lexan. Ja, Mann. Äh, Kleine, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Ist Gizmo nicht noch da? Ähm, Trilon. Weil ich nicht ansatzweise so gut bin wie die Jungs, Mann. Ey, Weg, wo kommst du denn her? Ich hab dich noch gar nicht gesehen. Mignon. Wie geht's dir? Was für ein Mittler mal schlafen? Wann hast du denn einen Kommentar geschrieben? Was ist denn mit Gizmo? Ich muss ja auch weg, oder wie? Der Gizmo ist doch sonst noch da im Thema. So. So. Next. We're here. Let's do right here. Ich küss' deine Augen. Schlaf schön, eine gute Nacht wünsche dir Videom. Ach so. Ja, ja, wie gesagt, Kevin hat Corona und ist zuhause und sie muss nur anders hin. Ah, okay, okay. Ich habe das nächste Peck für euch auch. Und wenn wir euch dann ziehen, dann seid ihr aus dem Noostop schon raus. Wenn es einen gibt, der jetzt was dagegen hat, dann schreit jetzt laut. Aber ich glaube, da hat es keiner alles gegeben. Nur Fairness habe gegen anderen gegenüber. Das Ding ist, Django hat tatsächlich sogar drei. Wenn er jetzt sagt, komm, das nächste gebe ich dir, dann können wir das sogar jetzt machen. Und er kriegt dann halt das übernächste. Django, sagst du, ist das dein oder gibst du jetzt einen noch und einen ab und sagst, mach das für die Kleine schon mal auf? Django entscheidet tatsächlich. Mach auf für die Kleine da. Ich bin hier. Mach der jetzt den Ehrenmann hier an der Stelle. Django, hörst du das? Vor lauter Aufregung, oder was? Ey, nicht den. Bruder, schön, da bin ich fast sie nicht mehr hatten, Digga. Django, hast du gerade mitgewiesen? Die Kleine und Gesmo, mach auf für die Kleine Ehrenmann. Welches darf ich dir geben, du darfst entscheiden welches? Komm, absoluter Ehrenmann, aus wie draus. Django, ich küss dein Herz. Hallo, sowieso ein drittes noch, Digga. Vielleicht ist das ja auch taktisch cool, weil es ja nicht... Link! Oh, dann tritt sich, äh, man weiß es nicht. Fati, du uns! Man weiß es doch nicht. Ich kiss eure Augen, oder Pizza schmeckt brutal. Welches darf ich denn geben? Einmal gucken wir jetzt am Start mal. Deria, Alba, Sierra! Jungs! Hier meine Packs! Ihr wisst Bescheid! Machst du lange! Was machst du denn? Ich bin so gehandicapt. Ich guck, ich guck Jackson 477 zu. Das ist die Kollege. Und er hat ein Booster-Pack gekauft. Ey, Digga, was geht hier ab? Warum habe ich 48 Zuschauer? So, Gizmo, kriegen euer Pack. Ich bin mit Handy live! Ich bin mit Handy! Ich hab nicht mal WLAN zu Hause, Leute! Scheiße! Scheiße! Nova Bruder! Was ist hier passiert? Ich muss gucken noch! Ich muss noch ganz weit hoch! Ich drück euch die Daumen! Seid ihr aufgeregt, seid ehrlich! Ey, Jungs! Mädels! Ihr müsst langsam machen! Ich hoffe, die Pizza schmeckt Sierra! Die Pizza war brutal! Tunsch, die Pizza war heftig! Fati, ich küsse deine Augen, Bruder! Auch die Pizza war brutal! Taifun, Habibu, Auramstadt! Daddy, Basti, Moin, Moin! Die Pizza war auf jeden Fall sachte! Und danke an jeden einzelnen Follower! Nova, ich küsse deine Augen vor Seite mal Seite, Bruder! Du weißt! Da hinten mein Equipment! Jetzt gerade zieht er für allen anderen die Pakete! Wer die Packs? Ich bin grad mega hyped! Yo! Ich muss jetzt erstmal den Chat hier mitlesen! Daddy, verrückt! Was geht hier ab? Gussi! Was geht? Was geht? Fabi, Moin, Moin! Host von Nova! Nova, Bro! Du bist doch Dega! GG, Mann! Ich hab's mir schon fast gedacht! Wer denn noch sonst? Ismail for Bragg! Sali, Moin, Moin! Alba, ich küsse dein Auge von Seite! Barsayte! Ha! Internet kommt, Inchallah, morgen! Morgen kommt ein Typ von der Telekom und schaltet hier die Leitungen frei! Jedes Zimmer hat auch eine Lahnsteckdose! Und... Ja, Digga! Jungs, Mädels! Ihr seht, ich bin ready! Ich hab' mehr Bock denn je! Da vorne kommen noch ein paar Schaumstoff-Dinger! Die hab' ich noch nachbestellt! Nova, ich küsse dein Auge, Bruder! Wallah, hey, Discord! Wie soll ich da jetzt in Discord? Warte über... über... Guck, dass der Struggle ist! Der Struggle ist! Ich bin live mit meinem iPhone! Das ist mein Hotspot-Gerät! Und mein letztes Gerät hier, Tab! Damit hab' ich gerade den Pokémon Pack Opening Stream auf, Bro! Ich hab' zwar hier PC, Discord und so alles am Start, aber... Ich hab' keine Chance, dass ich... Keine Chance, dass ich irgendwie reinkomm! Der, ja, Mann, ich küsse euer Auge! Nova, ich küsse dein Auge, Bruder! Danke an... Jeden Einzelnen, der wieder dabei ist und dazugekommen ist... Ich weiß gar nicht! Ich seh' gar nicht! Follower werden mir nicht angezeigt! Nichts wird mir angezeigt! Daddy hat einfach einen Sub auf... einen Sub im zweiten Monat! Ich küsse dein Auge von Seite beiseite! Ey, Mann, was macht ihr mit mir, Alter? Was macht ihr mit mir, Nova? Habibi, was machst du mit mir? Bruder, wenn ich jetzt noch ein Gerät in der Hand hätte, damit ich wenigstens Insta... Discord irgendwas machen könnte! Aber nein, ich kann nix machen! Ich kann nix machen! Boah, die Religi-Kart hatten wir noch gar nicht! Mh, mh... Er zieht, aber ich bin noch nicht dran! Shiny Blurack für Django mit den letzten zwei Paketen! Ihr wisst Bescheid! Der einzig war... Let's go! Komm schon, komm schon, komm schon! Gleich Finger gebrochen, du weißt! Du weißt ja, ja! Ey, Nova, Bruder! Besi, danke für deinen Follow, Bruder! Nova, Bruder! An aller allererster Stelle danke, Bruder, für deinen Host! Danke, dass du die Leute zu mir rüber geschickt hast und... Mir hilfst, wo du kannst, Habibi! Ich bin grad richtig bläst, aufgeregt! Ich spüre was! Irgendwas sagt mir... Mega, 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 mega! Kirito, Bruder, wie geht's dir? Ich küsse deine Augen, Kirito! Also die finde ich sehr schön! Komplettes... Beshi, ich küsse deine Augen, Bruder! Danke, hab ich mir fast gedacht! Nova, der Ehrenbruder wieder! Er hustet mich! Ich bin mit Handy live! Ohne WLAN! Für eine Stunde oder so! Eigentlich... Eigentlich bin ich nicht so! Ich bin eigentlich daily live! Ich glaub, man hat seinen Spaß! Jeden Tag! Seit gut zwei Jahren! Eineinhalb Jahren! Seit einem Jahr bin ich sogar jeden Tag live fast! Außer wenn ich im Urlaub war! Oder wenn ich einen Struggle hatte! Bruder Paco! Mir egal! Wallah, mir egal! Oh mein Gott, Bruder! Das ist nicht passiert, Leute! Ich kann nicht mehr! Er hat echt Lurak gezogen! Digga, ich fick mein Leben, ja! Oh mein Gott, Digga! Bruder, ich fick mein Leben! Ich fick mein Leben! Wirklich! Ich fick mein Leben, Jungs! Ihr seht es! Ich fick mein Leben! Ich fick mein Leben! Ich fick mein... Oh mein Gott, ich glaub ich... Ich hab alles! Gah! 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 Towie weg! Towie! Fick nicht! Das war mein Peck! 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 Dicker Mann! Dicker Mann! Das gibt's doch nicht, ja! Glurak grad! Ich hab grad Peck geschenkt! Ich sag so! Nimm! Nimm! Kein Problem! Ich trau mich nicht! Ich trau mich nicht! Das sieht so krass aus! Ey! Oh mein Gott! Ey, Dicker! Ich weiß nicht, das ist krank! Daddy, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ich bin am Zittern! Ich schreib alles! Was ist das für die Krass? Ey, wenn du am Zittern bist, Jax! Was bin ich dann, hä? Warte! Ich schreib mal rein! Wenn du am Zittern bist, Jax! Die Jungs, Alter! Wie geht das? Bruder! Wie geht das? Was meinst du, wie ich mich fühle? Oh mein Gott, Jungs! Ich schwör's euch! Ich kann nicht mehr! Ich kann einfach... Ey! Das ist meine, Mann! Oh mein Gott, Digger! Oh mein Gott, Jango, Bruder! Der tut mir grad so leid, Alter! Du liest auch keinen Kommentar von mir! Oh mein Gott! Er hat mich hoch hops genommen! Bruder, was denn, Mann? Ich sag's sogar den ganzen Teil! Ich glaub's nicht! Ich schrei die Glurak! Gött mir, Alter! Coim! Und dann so läuft! Ich schreib's am ganzen Körper! Oh mein Gott, ich schwör's euch! Ich kann nicht mehr! Es hat einfach eine übertriebene Holofläche! Und ich glaub, man hat seinen Spaß da dran, ne? Ey, nicht, dass jetzt ein Glurak kommt und danach, äh, Jango sagt, ich will meine Karte zurück! Ich will meinen Hack! Cousin chill, Bruder! Wir ziehen dann zwei! Euer Hit! Des Tages! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digger! Das ist nicht passiert! Leute! Oh mein Gott! Das ist passiert! Oh mein Gott, Digger! Das ist nicht passiert, Leute! Ich kann nicht mehr! Oh mein Gott, Digger! Wer macht den Clip, Leute? Wer macht den Clip? Oh mein Gott, Digger! Das ist, äh... Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digger! Oh mein Gott, Digger! Oh mein Gott, Digger! Scheiße! Gleich kommt mein Vater runter und traut mich um! Digger! Oh mein Gott, ich trau mich nicht anzufassen! Ich schwör auf alles! Oh mein Gott, Digger! Digger, Scheiße, Digger, was passiert hier? Oh mein Gott, Digger. Also das war jetzt quasi das Corona-Pack. Oh mein Gott. Ey, mir tut jetzt Jango von Leid irgendwie, Mann. Oh, Digger, warte, warte, warte.